KOTIXD Hallöchen YouTube Hier ist wieder euer KOTIXD Und willkommen Zu einer weiteren Runde BadRoss Mit dem Damon Unterbrechen wir nicht in meiner musikalischen Stimmung Musikalisch umgescheiße Ja, genau so schlecht wie ich Okay, 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 geht Wir haben gerade sogar einen KOTIXD-Skin drin Hat er mir gerade so zugeflüstert Und zwar hat der Curse einen Dragoran Grüße gehen raus an dich Geiler-Skin übrigens Ja, und... Halt dein Maul 100% self-made und sieht aus wie der letzte Scheißhaut Nein, Spaß Ich sollte leise sein Ich sollte leise sein Okay Das zeigt wieder, wie viel Skill meine Zuschauer haben Ich meine, du bist ja schon echt skillig Deswegen Und Max nicht... Du kennst doch Max Aber eine Pferde, ne? Klaro Einer kommt! 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 Was soll das? Oh ne man, ich hab wieder so ne Aufnahme Lach doch nicht! Ja Na alter Maul, dann bitte mit Geil 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 Der bekommt einfach mehr Nuckback mit ner Picker Als ich mit nem Stick Alter, was geht bei dem Quatsch? Och ne, dann heißt das nachher wieder Ich targete Fans, wenn ich auf den gehe Komm mate, kill mich Mate, kill mich Mate Kill mich Er hat mich gekillt Omein gawd Gotti Wenn der Wichschot steht Warte Warte, ich verarsche den jetzt Omein gawd Bist du Gotti Guck mal Warte Der Wichschot steht Guck mal Der Weiß gar nicht das nein mein fern wird angegriffen die corti army schreitet zu tat ich sagte ich sagte jetzt mein fern der fähig den ich hab'n kill ich bin zu gut ich bin zu kennen natürlich es ist dieses ganze auf nehmen hier gerade mit damen im prinzip nur nebensache für mich eigentlich geht es mir nur meine wundervollen stets naja mein ziel ist es eigentlich dem zu überholen was natürlich dann relativ sinnlos ist mit ihm zu spielen aber naja übersehen wir es einfach mal ja genau ich kann zwar kein no shift so wie auch die aber ich hab'n gewinne für so ein reiki gefällt ja weil es jetzt heute ja heutzutage auch einfach viel zu viel über skill aussagen weiß zb die lecheln mit und so was ja hunderter kd versuchen trotzdem nur platz 16.000 oder so k a ja das problem ist er hat ja nicht mehr hergemacht und nur auf anderen account schweiß nicht geil ich weiß er hat dafür einen eigenen account bekommen wieso auch immer zum fick ich jetzt zwei knüppel habe weil der shop gerade umgepackt hat gg gomme ja so wie es aussieht machte damen gerade nicht meinen fan platt wirst du das sagen sie alle doch und des inkoppant player mein fan hat kein kopf wird nutzt deswegen ist auch sein bett weg aber daher gut erst immer erst auf die Conti-Skins gehen, weil die einfach zu OP sind und er lieft. Ja, genau, zu OP, was? Ach, ich bin im Korbwerk gelandet, ich hab kein Schwer. So, naja, auf jeden Fall schaut's danach aus, dass wir diese Runde... Ich sag nicht, ich hab's auf Aufnahme. Ich hab's auf Aufnahme. Nein, hör auf, das ist unfair, das scheint mein Beruf, den ich habe. Ich, ich kann, ich kann sogar theoretisch nur für dich ranzoomen und sad music hinterlegen. Da er, da er gerade falsche anbekommen hat, ja, die Jeep, war schön. Okay, ja, ich hoffe, euch hat natürlich diese, ach, jetzt brauche ich nicht hoffen, euch hat diese Runde einfach mal gefallen mit dem Daemon. Lass den Like da, bis zum nächsten Mal und tschö. Mit Öl. Mit Öl. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.